Ich frag mich jedes Mal, was das ist. Als wenn ne Folge vorbei ist. You know. Resource Cost Reduction in den Schädel reinpacken? Was soll er denn jetzt machen? Ich kann's mal kritizieren, das kann ich. Okay, was kriegt denn einen neuen Look? Meine Schultern. Craft the game of Imperial or Greater, oh Gott. Geil, ich kann meine Achse in einen Stab transmogrifizieren. Heimmal gemacht. Seht richtig fies aus. The Rock. Ob das so schlau war? Okay. Nein! 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 Wie kriegen wir die denn? Bounties. Bounties machen. Oh nein! Deck mich am Sack, Alter! Ja, würd ich mal sagen... Extract one legendary power into Kana's Cube! Echt? Ja, das heißt wir müssen alle Bounties machen. Oh nein! Warum? Aber dann hab ich immerhin Furnace. Auf welcher Schwierigkeit? Ja, ich würd's schon hart machen, oder? Ja, dann lass mal rausgehen und im öffentlichen Spiel beitreten. Oh Gott! Geht das? Einstellungen. Öffentlich. Kopfgelder. 42 auf schwer. Ich guck mal, ich guck mal, was es so gibt. Ich guck mal, ob es öffentliche auf Qual 6 schon gibt. 0. Qual 5. 0. Qual 4 sind schon drei öffentliche Kopfgelder. Und hier hoch kann draus geschmissen werden. Nephalem-Portal, äh, Qual 6. Ich spiele schon Qual 6 erst. Na gut, wenn du dein Set einmal komplett hast, dann nimm das. Ah ja, was wollen wir schwer, okay. Kopfgelder, 42. So, was ist denn jetzt hier alles passiert? Ein Bild. Ah, Silent Soul ist mal wieder am Start. Long Chicken für 1,99. Genau jetzt im King des Monats. War auch... Krabber Scheiß. Ja, der Tain-Oat. Ist ja wohl verschrieben. Ähm... Ja, dann, äh... Oh, dann, äh... Fangen wir hier an. Geh mal. Da hin. Enter the Cave of Büro. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ha, 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 ha. Hm. Warum kämpf ich für die? Nee, ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht. Was ist der denn? LOL. Also die Goblins ticken einfach bei mir ab. Red. ... Bald hab ich den Kulle bewiesen. Ich hab nicht genug Geist, wir haben... Boah, ich bin wirklich längst die Pause. Was ist das? Boah nein! All dein Blut. Ich muss zurückkehren. Ich hoffe es gibt auch sicher ein Crafting-Material auf so ner Stufe. Boah wie bitter das wäre, du machst das und es gibt einfach keinen Ding im Save. Das wär schön. Das wär echt super. Das wär ein Bonus, ja, 2. Naja, er tötet Knochenspalter. Das klingt gut. 50 Monster nur. Oh ja, er ist auch direkt hier, das ist nett. Ja, ich bin gleich drauf. 2. Dauert auch nicht. Ich habe nicht genug Geister. Ah, so. Alles gut, okay. Das schau ich gleich. Ich brauch den Geisteskack. Hier hoch, das ist eine goldene Ruhe. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf dem Starter-Bild geguckt. Hab ich auch nicht. Das kann ich eigentlich mit meinem 2er, hört ihr auch noch Geisteskraft erzählen. Boah, ich hab schon 2 Gegner von 50. Drei. Ja. Oh, das ist falsch. Oh nein. Das ist so eine Scheißhöhle mit Würmern drin. Oh Mann. Oh Mann. Reingekackt. Und leider sind wir noch zu dritt für den Rest der Bounties. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hä? Solange wir keinen Würfel haben, kommen noch Leute. Ich habe schon 20 von 50 Gegner. 21. 22. 23. 23. 23. 24. 25. 26. 26. 26. 27. 17. Was auch Qual 4 in Rift schaffen soll, äh, in ihrer Heizung. Wasst ihr hier schon ganz gut durch? Ich nicht. Ich hab halt für einen Gegner so ewig lange und es ist schwer. Es ist nicht Qual 1 oder so. Also, ich krieg halt keinen Schaden, aber, ha, Mockengeist. Paper DPS. Der muss das noch machen. Ich bin schon längst fertig. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Okay, ich mach schon mal. Was geil ist, ich hab diesen komischen Hürtel und immer wenn ich so eine Truhe aufmache, dieses Horn, was da rauskommt, macht echt übertrieben. Eieieiei. Was ist denn das? Der Thierry hat mich ge-edit. Mit Uli Starfish, eine gemeinsame Freundin. What the fuck? Ich kenne Leute. 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 kurgen oder so. Nothman sparen. NONSENSSSSS. Das geht ab. So, eure Inventare sind leer, denn ich gebe jetzt ab. Klar, leer wie leer. Und schon fehlt es mir ein weißer Mannsherrn. Bestärkung. Übelst starke Stärkung. Übelst starke Stärkung. Übelst starke Stärkung. Akt 4, geil. Der Hellport ist das. Ist Akt 4 Bonus? Ja. Ich hab richtig zum richtigen Dings gegangen. Du bist so richtig Fabian. Ich bin richtig richtig. Richtig! Fireman! Mach was! Danke. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Ein Mitglied der Gruppe ist vor. Oh nein! Ernsthaft? Versager. Ja. Du bist da einer, der gerade nicht gemacht hat. Und den Bauten die besten gemacht hat oder so? Ja. Wahrscheinlich. Wenn der böse will. wird der sich vielleicht grün ärgern. Ich sehe nicht, ob da meine Hand auf dem Draußen durch ist. Mein Red kommt zum übertriebenen Schaden. Wie geht das? Oh nein! Tja. Warum? Wieso? Na ja. Mein Mann. Foto ist dabei. Ich kämpfe jetzt wahrscheinlich erstmal zehnmal gegen mich selber. Ah. Vielleicht nicht zehnmal. Guck mir aus. Dafür ist vielleicht alle Bossdinger schon fertig. Nee. Wir müssen ja immer auf einem höheren Schwierigkeitsplatz liegen. So. War gut. Na ja. Dafür zieht mich Helport in der iPhone 3. Ja. Zum dritten Mal kämpfe ich gegen mich. Ein epischer Kampf. Auf Leben und Tod. Es ist Diablo. Der ist in Not. Kampf. Wenn es nur von Fabian steht, kämpf. Ja man. Ja. 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 Enemies. Ja. Das ist doch Hoppen. Ich würde gerne in einem Hoppen-Garten. Wuuuh. Ich brauche Geisteskraft. Hast du denn wenigstens schon deine vierte Pass hier unterliegt? Oh ne. Natürlich nicht. Magil macht bei mir auf jeden Fall gut viel Damage aus. Ich weiß gar nicht was ich da äh. Was kann ich denn da reintun? Ich hab. Wenn wir zum Glück eine wählen können, die keine Fury-Generation hat. Wer mich heilt oder so ne Scheiße. Weil die Healingens kann ich auch schon wieder fast rausnehmen. Ein Combo-Schlag. Der Kanal von Ita ist auch gut. Was ist denn hier so ein Starter? Ja. Ja. Dann war es so, dass ich das so ein Hosen möchtere. Dessert. Und dann wurde das so ein Hosen. Und dann wurde das so ein Hosen und das so ein Hosen. Das ist ja auch ein Hosen. Bei 140 Gegner töten, wo sollen die denn sein? Alter Die verfluchten Schreine Auft Das war's für heute. Ich muss doch 14 Gegner töten, ich weiß nicht wo die sein sollen. Ich darf jetzt hier alles ablaufen, herrlich. Danke Blizzard für dieses großartige Kopfgeld. Mit eurem klugen Köpfe wieder einiges überlegen. Ambitionierten Spieler richtig abzupacken, der kein Speedball hat. Tja... Komm hier, Cursed Chef, da kommt doch bestimmt Gegner raus. Meistens ist das so, ja. Oh, drei Gegner. Mann, war das krass. Das hat's gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Ich soll hier ein Elite-Gegner töten. Die drei Gegner sind tot, aber es ist hell. Ja, ich muss den Faden auch töten. Die sind alle drei Todes. Ja, aber den Faden. Gab's nicht. Ja, glaub. Das wollen wir mal in die Blüten sagen, ja. Das ist nicht möglich. Das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Boah. Alter, ich raste aus, ey. Ich will hier weg, kommen irgendwie ständig irgendwelche neuen Kackflücher. Auf einmal, ne? So. First Days. Wieso wurde das denn nicht abgeschlossen? Weil der nur Rakan aus eben getötet hat, anstatt das Kopfgeld zu machen. Er war nicht mal im Kopfgeld interessiert. Warum? Oh, Gürtelverbesserung. Zip, zip, zip. Das ist irgendwie schief. Was das? Wieso ist das? Du bist da näher? Mann, du bist da. der lügt ja oh oh ding 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 oh god ich habe es nicht geschafft bevor sie den boden versunken ist der fabian ist sehr wütend auf einem baum ein kuckuck saß ja schön Hä? Ach, ich wollte ja abgeben. Gott, Akt 5. Äh, da können wir sehr weiter hier. Einige Portal zu den Archives. Oh, Archive, das hört sich sehr nach kackten Scheiße bei Dingens an. Wir machen. Fans all cursed schweins. Nun kau ich keine Nemesis-Arme schien gerade an. Stimmt. Ich erinnere mich, mit irgendeinem Leben hing ich da mal drinnen. Dann waren da überall verkackte Elite-Packs. Kommt mit dem Ico oder so, nur verreckt die ganze Zeit. Ja. Ach, ich bin da falsch gegangen. Die dritte 50-50-Chance, die ich falsch entscheide. Zweien wäre es ja okay gewesen. Also, rein. Das ist so geil. Mach rent auf die und auf weg. Oh nein, ist hier noch irgendwo... Das ist so geil. Das ist so geil. 183 millionen hp ich mache ungefähr eine millionen pro schlag sagen zu was meine rente pickt 1934k 281 tage Wo ist denn dieser verkackte Realm of Pride? Was soll das? Und? Mich doch schon ein bisschen. Ah, Verletzungen sind zu schwer. Also müssen Sie kurz wegnehmen. Kurven sich immer an, oder? Aber Jan. Er ist schwer. Aber auch schon. Der ist der Aussage zwischen Angst zu führen. Der ist ein sehr guter Mann. Schaff dog, das ist eine gute Frage. Ich muss doch mal, ich mache gerne mal. Ich muss doch mal. Ich habe mal. Jetzt weiß ich schon mal. Der ist ein schweres Spiel die 3 Minuten hat es nicht gelohnt, aber bestimmt 2 Tötet die erweckten Dämonen im Kristallgefängnis Oh, der läuft davon und der denkt, ich würde ihn retten, aber tut es ja gar nicht Der ist gerendet, hehehe Ich würde meinen Schaden von Rennen gleich mit dem nächsten Set-Bonus noch mal verdreifachen Ja, ich werde, ich krieg keinen Boost, weil ich mein Set-Bonus Ich werde schön damit rumkrebeln jetzt Ich weiß wirklich nicht, was es geben soll mit dem Lüge Ich glaube, ich werde ziemlich durchmarschieren Ich werde mir wohl noch einen, doch einen starker Bild am Ziel legen, oder den Bild im Strasse, oder zu geeignet Ich stelle mal auf einen Ah Ich bin halt da was aufgestellt Ich bin halt da was aufgestellt Ich habe nicht genug Geisteskraft Das werde ich nicht tun viele schwierigkeitsstufen sind es noch so bis t6 ich weiß nicht was ich hier machen soll mit diesem kopfgeld vielleicht würde ich das nicht so stellen das war ein schönes kaputt Ich bin weise geworden. dauert halt so ewig bis ich endlich da bin dauert halt so ewig bis ich halt wirklich da bin ich hab es immerhin schon passt 8 von 10 und da habe ich mich verlaufen, das war jetzt wirklich blöd jetzt einfach hier rein muss auch noch auf die zweite etage das ist doch super die gegner sterben auch einfach durch meinen umgriff wirbel fällst auf, ich habe gar keine Lust mehr an das ist doch mal aus, ich habe hier noch mal aus, ich habe hier Was? Pläne! Ich sehe nämlich nur einen guten Tag. Eure Kraft lässt sich nicht stinken! Würde so gern die Wachen gefallen, aber... ...und der Kars ist immer weiter... ...und würde ich eh nicht... Diese scheiß Ratten, Junge, die rennen einfach die ganze Zeit weg! Wie soll das? Ich dachte, das ist oft gelb. Wenn ich schon nichts durchsürgen könnte, dann bin ich schon lange tot, aber nein! Aber nein... ...kackte Ratten, Overlords! Was soll das? Darf ich jetzt hier so 100 kleinen Ratten nachjagen, oder was? Hey, irgendwo laufen hier noch 13 Ratten rum! Hey Boys! Wer seid ihr? ...kleine... 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 ...eine einzelne Ratte! ...eine... ...kuck... ...eine... ...kuck... ...heu... Ist so bitterkalt hier. Krach, krach, krach. Oh geil, wir sind schon in der Nackerei. Ich bin hier. 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 um ist schnell die roten kreuzretter ich brauche auch die kreuzretter genannt werden die einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen ich konnte kombinieren 200 jahren gegründet dort das ist was für mich wird ich bin echt krassen in packs ist ganz gut das ist nicht möglich varus ist der erste in der kraft die abgeschlossen was ist der erste war doch schon einer oder nicht in 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 Und dann drücke ich halt meinen Skills, habe keine Geisteskraft und genau wo er aufhört zu reden, sagt mein Mönch, das ist nicht möglich. Wir können den Bruder leider nicht finden. Schön. Ich habe nicht genug Geistenskraft. Er wäre tot, wenn du nicht gewesen wärst, tapferer Held. Nehmt diese Elixiere als Entschädigung für eure Mühe. Wir kehren in die Stadt zurück. Jörgskrone. So obvious. Was geht jetzt noch? Akt 1? Boah. Tiffany. Entaleorex Manoa. Oh. 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 Bum 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 Vielen Dank.